Grüß euch meine Lieben! Heute ist wieder ein Beginn, ein Neubeginn mit Kahn, dem Potenzial des Samens. Ich begrüße euch ganz herzlich und lade euch ein, diesen Tag heute dazu zu nutzen, um euch anzuschauen, welche Samen wollen wir ausbringen, welche Pläne und Visionen bekommen Unterstützung und wo geht die Reise weiterhin. In den kommenden 13 Tagen vertiefen wir dann diese Erfahrung, um sie dann mit der Erdwelle dem Erdreich zu übergeben und in die Fülle zu kommen. Ich freue mich, liebe Grüße!